Live vom Kölner Geigomarsch. Wir sind hier vor der so genannten Schiefenkirche. Die Kölner und Nicht-Kölner kennen das. Das war mal wieder ein kölsches Ding, aber darum geht es heute nicht. Heute geht es uns um die spanischen Jagdhunde, die Geigos. Also, hier seht ihr eins der Startbanner. Laila und Fabio. Und ein paar Grundinfos, die wir hier auf diesen großen Mesh-Bannern drauf haben. Force for Freedom, auch die sind dabei. Genau, wie so einige Vereine und ganz, ganz viele Menschen mit ihren Hunden. Und das sind nicht nur Geigos und Podenkos. Da ist alles bei. Da ist ein kleines Späßchen, wie ihr gerade seht. Ein Wippi, ein Pudi. Die pödelst natürlich sowieso. Hier würzelt einer mich an. Man sieht es hier. Da ist sie. Von hinten. So ein bisschen. Halles Spatz. Ein Zetter. Alles dabei. Alles. Bodo-Gueros. Schäferhunde. Labradore. Mischlinge. Alles, was ihr euch vorstellen könnt. Und genau das ist es ja auch. Wir sagen immer, alle sind willkommen. Egal, ob mit oder ohne Hund. Alle Rassen. Und wie man sieht, alles hier einträglich. Man hört kaum an Bällen. Es ist jedes Mal wieder ein Wunder, wie diese Hunde ticken. Liebe Leute, wir melden uns gleich wieder bei der nächsten Live-Schaltung. Bis dann. Gut. farther wird uns gleich wieder bei der nächsten Live-Schwingen.